Polnisch ins Wappen Mike ist off Nice Oh, das war Abseits Der mit dir nicht gegeben, dann ist mir ins Abseits gerannt Wow Yay Oh, was war das? Ach, vielen Dank Da hat ja mal Eier Immer noch nicht da Ah Komm dir, Donnarumma Aha 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 Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe für was was das ist meine letzte runde die er pisst mich gerade an ja einer auch jungen das war böse aus Allein! Das ist ein Kampfspiel. Ist mein Spiel gerade hängen geblieben? Bei mir ist das selbe. Ich glaube bei den Gegner ist das selbe. Ich hoffe bei den Gegner, das ist auch so. Wie die anderen, dass er so steht. Ah, der steht wie von oben. Der kommt langsam runter. Jungs, was macht ihr noch hier? Mit seinem Schild, noch eine Minute noch so steht. Jetzt geht's und langsam mal in die Kabine. Besprechung. So, an den Nächsten vorbeilaufen. So, ja. Ich bin gleich schon in der Kabine. Ihr seid zu langsam. Der Letzte ist ein Wichser. Und alle denken so, ich hab da auf gar keinen Bock. Vor allem der Keeper links. Ich seh ihn noch nicht mal bei mir in den Keeper. Nee? Nee, ich seh nur Felsspieler. Leute, einer, der steht direkt neben dem letzten Feldspieler links. Bei mir sind auf der linken Seite sind drei von uns, vier von denen. Ich seh fünf Feldspieler von uns links und den Keeper. Und rechts seh ich halt vier Feldspieler und vier von denen. Ja. Cool. Ich glaub, 40 Sekunden sind schon oben. Jetzt, wie am längsten, bleibt er hat gewonnen. Der Letzte macht den Stein aus Dichter aus. Jetzt nicht aufgeben. Kampfgeist zeigen, Jungs. Kampfgeist zeigen. Jetzt machen wir noch Stimmung. Ah, Gegner macht Pause. Aber ihr könnt nicht in die Pause gehen. Wir sind ja schon in der Pause. Ich kann nicht Pause anmelden. Warte. Dein Gegner muss... Dein Gegner. So, Kampfgeist hab ich gezeigt. Warte. 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 Warte.